Hallo zusammen, ich bin hier oben am scharfen Boden. Unterhalb des Sentis und da hinten steht das Mann. Hier bin ich von Unterwasser da unten und fliege zwischen das Tal abwärts. Ein sehr schönes Schneetagliner war hier im Mai. Ich kann schauen, dass ich hier oben lasse. Da hinten in die Ferne kommt langsam wieder etwas Wetter, darum probiere ich jetzt zu gehen. Ich gehe auf den Boden. Ich gehe auf den Boden. Ich gehe auf den Boden. Da hinten kommt die Rede différents. Ja weiter geht... Hier sind wir gelandet, oberhalb Wasserhauen. Das war ein sehr schöner Flug. Die Thermik hatte keine. Hier noch ein bisschen Wolken drin. Oben noch sehr viel Schnee. Was mich ein bisschen verwundert hat, ist der Westwind. Das heisst, der Wind muss gegen den Berg blasen. Dann hat es aber den kompletten Bergwind gehabt, vom Berg oben runtergekommen. Ich vermute, dass in den Bergen so viel Schnee liegt. Da sinkt die kalte Luft ab und ist dann sogar stärker als der Hauptwindrichtung, was im Moment herrscht. Dafür bin ich schön, dass ich hier vorne kam mit dem guten Rückenwind. Gerade beim Auto landen konnte. Das war ein sehr schöner Flug. Danke, bis zum nächsten Mal. Ich habe noch ein ganz kleiner Tipp. Dann nehmen wir es mit der Sonnencreme das ganze Gesicht einschmieren. Nicht nach der Nase.